So kommen wir zu Rapid gegen Moskau. Ja aber somit hat sich einmal trotzdem Napoli aus der Schlinge des Abstiegs gezogen. Ja stimmt, ja muss man jetzt auch erwähnt haben. So Entschuldigung, wer ist jetzt Moskau hast du gesagt? Moskau gegen Rapid. Ja, ist natürlich kein leichter Gegner. Wie du willst, du kannst doch Grün nehmen, wenn du willst. Ja! Man probiert jetzt mal was. Hier probiert man auch ein bisschen, wenn man schon den Möchter dazu bekommt. So! Ja Moskau hat auch 0 Punkte und eine Tordifferenz derzeit von minus 3. Nein! Jups! Alter, war das süß! So, Smallhoff seit langem wieder einmal dabei. Ein Wetts punishing… ... ... ... Ich bin froh, ich bin froh. Vielen Dank. Das gibt es ja nicht. Das gibt es ja nicht, so ein Masel, wirklich, so ein Masel. Das ist ein Hossinator, der Pistot teppert. Nein! 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 Okay. So, beste Schaus bei Moskau jetzt auch. Okay. 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 We're so ready toaço it. Okay. Ich glaube, ich brauche eine Plutik-Pulverkrankung. Wie verdient ist das Eider wirklich? Was? Ach, geht doch scheiß neuer Schiri. Geht doch echt kacken, Leute. Das gibt's ja nicht. Was hat der heute gegen Michaela? Ja Potschi, Wahnsinn. Der Stürmer nicht viel einsetzt, wenn er überhaupt welche bekommen hat. Also den zwei eine Knudeltentoren hätte der Rosina auch gemacht. Ja, das zweite war schön für mich. Das erste war wirklich ein guter Abschied. Als zweiter hat er das schon direkt übernommen, richtig danke. Ja, das hat's gut. Sie dürfen hoffen. Ja, schön gemacht von Fernandes. Ja. 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 Zum Wollof. Erste Dreiffluss, oder? Ja. 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 Ja, ja. Das ist ja auch ein... Wie ist das Standort. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank. Oh, aber zu viel. Doppelwechsel. Ja, hier auch. Auch einer, der schon lange nicht mehr zum Zug gekommen ist, kommt jetzt. Ah, voll. Nein. Danke. Ja, irgendwie wird heute nicht sehr stark geschwungig sein, kann man das? Oh, Gott sei Dank. Nein, das war nicht drin. Das gibt's nicht. Oh mein Gott. Aber jetzt grönt hier seine Leistung heute. Kann man sagen, mit diesem Tor. Ja. Ja, den ersten hat Schreminger perfekt gehalten. Aber den jetzt nicht mehr. 2 zu 2. So, das tun wir weg, sehen wir. Bei Rapids. Genauso hier bei Moskau. Der hat diesmal passt. Der andere ist noch an die Stange gegangen, der hat passt. Die Stange. Die Stange. Die Stange. Oh mein. Ich dachte, das geht sich aus, dass er den klickt. Oh. Alter. Oh. Oh, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's echt nicht. Oh. Oh, schon. Richtig Glück auch noch gehabt, Rapid jetzt. Ja. Und ich muss sagen, Moskau hat sich heute sehr, sehr gut präsentiert. Mein 2 zu 0 Rückstand wettgemacht. Oh. Und auch noch die Chance noch mal Sieg am Fuß gehabt. Ja, die Chancenauswertung war's aber. Im Endeffekt. Puh. Die nicht so ganz gepasst hat. Gut, wir sehen wieder nicht mehr. Ich hoffe, das ändert sich im neuen Fieber. Ich hoffe, das ändert sich im neuen Fieber. Ja.